Und Sachen werden da erzählt. Das ist alles seelisch. Das ist irdisch. Das geht die Seele an. Aber nicht den geistlichen Menschen. Der geistliche Mensch wird davon nicht satt. Ja? Der geistliche Mensch wird aus dem Wort Gottes satt. Weil er daraus gezeugt ist. Weil er das Wort Gottes in sich trägt. Weil er das Wort Gottes sucht. Und damit haben wir das hier eigentlich auch schon befüllt. Jetzt haben wir hier also einen groben Überblick über die Weltgeschichte und deren Ablauf. Und hier haben wir gesagt, das ist praktisch Hamageddon, wenn man so will. Als Schlagwort. Ja? Und zwischendrin haben wir die Gemeinde Jesu. Und jetzt müssen wir das noch hier auffüllen. Hier zwischendrin. Ja? Und dann gucken wir mal. Als nächstes Nachtgesicht haben wir das zweite. Das sind hier die vier Hörner und die vier Schmiede. Und dann kommt Jerusalem. Wird wieder gebaut. Ja? Das zweite Nachtgesicht. Da steht, und ich hob meine Augen auf und sah und siehe, da waren vier Hörner. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wer sind diese? Er sprach zu mir, es sind die Hörner, die Judah samt Israel und Jerusalem zerstreut haben. Merkt ihr, wie genau das hier verwendet wird? Judah, Israel, Jerusalem? Ja, das ist nicht einfach nur so dahingeschrieben. Das ist so gemeint, wie es da steht. Die unterscheiden das, ja? Und der Herr zeigte mir vier Schmiede. Da sprach ich, was wollen die machen? Er sprach, die Hörner, die Judah so zerstreut haben, dass niemand sein Haupt hat mögen aufheben. Sie abzuschrecken sind diese gekommen, dass sie die Hörner der Heiden abstoßen, welche das Horn haben, übers Land Judah gehoben, es zu zerstreuen. Babylon, Medopersien, Griechenland und der Antichrist. Hier ist eigentlich grob im Bild ausgesagt, dass diese vier Weltreiche allesamt zerstört werden durch vier Schmiede. Wer die sind? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das ein Bild ist, ja? Hier wird gesagt, die Hörner, die immer ihre Macht aufgehoben haben, dass in Judah keiner mehr das Haupt hat mögen aufheben. Die werden durch diese Schmiede alle zerschlagen werden. Da bleibt nichts übrig von diesen Weltreichen. Weder von Babylon, noch von Medopersien, noch von Alexander dem Großen, noch vom Antichristlichen Reich. Es bleibt nichts übrig. Christi-Reich kommt. Das ist so die Netto-Aussage. Sie abzuschrecken heißt das zu zerstören? Ja, ja. Die Bibel und speziell die Offenbarung, die verbirgt ihre Aussagen, haben wir gestern Abend, glaube ich, drüber gesprochen, die Offenbarung verbirgt ihre Aussagen hinter drastischen Bildern. Bonbon bunt gemalt. Sodass der Augenmensch, der natürliche Mensch, der nicht auf das Wort achtet, sondern auf die Augen, der ist so abgelenkt davon, dass er zur wahren Bedeutung nicht hindurchfindet. Könnt ihr das ungefähr verstehen, wie ich das meine? Ja? Die Bibel zeichnet gerade auch die Offenbarung und auch hier ganz große bunte Bilder. Und Eva war ein Augenmensch. Ja? Eva war ein Augenmensch. Adam kommt zu Eva, setzt sich zu ihr an den Tisch und die Eva sagt, wo kommst du denn her? Und er sagt, ich war bei Gott. Und was hat er gesagt? Naja, er hat gesagt, wir sollen nicht von dem Baum essen. Was? Sagt die Eva. Das gucke ich mir mal an. Geht zum Baum, ja? Sieht den Baum und sagt, das ist ein lustiger Baum. Der macht klug. Da ist gut zu essen von. Und dann nimmt sie. Ja? Eva verlässt sich auf ihre Sinne. Eva macht sich eine eigene Meinung. Eva hat nicht geachtet auf das, was Gott gesagt hat. Eva hat hier ein Wort Gottes empfangen über Adam. Wir haben ein Wort Gottes empfangen über Christus. Eva hat sich auf die Augen verlassen. Auf ihr Gefühl, auf ihren Eindruck, auf ihre Meinung, ja? Da hat das Drama der Weltgeschichte angefangen. Sie hätte sich auf Gottes Wort verlassen sollen, ja? Als die Schlange dann herkommt, ja? Fängt sie sofort Diskussionen mit ihr an. Soll sie auch nicht machen. Sie soll den Mund halten, ja? Wir Menschen müssen manchmal den Mund halten, ja? Oder den Adam vorschicken. Ja, genau. Hier ist mein Mann, der kennt sich aus, ja? Was ich damit sagen will, ist nur, diese Art von Efas, diese Art von Predigern sollen schweigen in der Gemeinde. Ja? Weil die predigen euch nicht das Wort Gottes, sondern ihr Gefühl, ihre Emotionen, ihren Eindruck. Und sie glauben, dass sie die Menschen damit erreichen. Sie sind von der Welt und sie reden von der Welt und die Welt hört sie. Und die Welt läuft ihr nach. Es gibt große Gemeinden. Und Sachen werden da erzählt. Das ist alles seelisch. Das ist irdisch. Das geht die Seele an. Aber nicht den geistlichen Menschen. Der geistliche Mensch wird davon nicht satt, ja? Der geistliche Mensch wird aus dem Wort Gottes satt. Weil er daraus gezeugt ist. Weil er das Wort Gottes in sich trägt. Weil er das Wort Gottes sucht, ja? Und die Pastoren, diese, ich sag mal, diese Eva-Pastoren, die machen das aus ihrem Eindruck, aus ihrem Gefühl, aus ihrer Emotion, ja? Reden die über alltägliche Dinge, ja? Und meinen, dass das jetzt, das ist drittklassige Psychotherapie. Drittklassig. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Sie sind von der Welt, sie reden von der Welt und die Welt hört sie. Und diese Art von Eva-Engelium, das wollen wir nicht, ja? Eva-Engelium, ja? Wir wollen das Adam-Engelium, das Christus-Evangelium. Das kommt aus diesem Wort Gottes. Aber das ist der Welt zu spröde. Uns egelt dieser mageren Speise. Wir wollen das Manner nicht. Wir wollen wieder Fleisch. Von Wachteln. Ja? Das ist die moderne Christenheit. Vielleicht war sie immer schon so. Aber ein Überrest daraus sagt, nee, wir wollen das da. Wir wollen das hören. Das wollen wir hören. Das Wort Gottes. Mit dem kommen wir auch da durch. Das ist schmales Brot, aber es ist gut für uns. Und der Rest kommt, wenn der Herr kommt. Dann bekommen wir Wachteln ohne Ende und was wir wollen, ja? Aber jetzt noch nicht. Noch nicht. Und die schwermacherischen Kreise hört ihr ganz oft. Da wird oft von dem König Jesus gesungen. Weil man will gerne, dass Jesus jetzt schon König ist. Weil da kommt jetzt schon Heilung. Dann kommt jetzt schon Segen. Dann kommt jetzt schon alles das, was uns erst versprochen ist. Das wollen wir jetzt schon haben. Wir wollen das hier haben. Jetzt. Deswegen soll Jesus schon König sein. Wann Jesus König wird, sehen wir gleich. Ja? Priester ist er schon. König wird er noch. In dem Bild, ja? Christus ist Gott. Gott ist immer Herr über alles. Über aller Himmel, Himmel ist der Herr. Keine Frage, ja? Aber so wie die Heilsgeschichte Gottes uns das vorgibt. Also auch das möchte ich jetzt nicht überzeichnen und sagen, die vier Schmiede waren jetzt ABC, ja? Kann man vielleicht auch versuchen. Aber das wird dann so überinterpretiert. Und ich lasse das lieber so stehen, wie es ist, ja? Das ist ein grober Ablauf. Diese Schmiede werden kommen. Und diese Hörner werden nicht bestehen können, ja? Jetzt sind wir schon relativ weit, ja? Jetzt füllt sich langsam unsere Liste. Und wenn diese Hörner hier zerstört sind, dann wird Jerusalem gebaut werden. Wenn der Antichrist, das letzte Horn, zerstört ist, baut Christus sein Jerusalem, seine Stadt, seinen Tempel, den Hesekiel-Tempel fürs Tausendjährige Reich. Der dann auch ein physischer echter Tempel ist, ja? Drittes Nachtgesicht. Und ich hob meine Augen auf und sah und siehe, ein Mann hatte eine Messschnur in der Hand. Und ich sprach, wo gehst du hin? Er aber sprach zu mir, dass ich Jerusalem messe und sehe, wie lang und weit es sein soll. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging heraus, und ein anderer Engel ging heraus ihm entgegen und sprach zu ihm, lauf hin und sage diesem Jüngling und sprich, also Zachariah scheint relativ jung gewesen zu sein, als er diese Sachen hier empfangen hat. Jerusalem wird bewohnt werden ohne Mauern, vor großer Menge der Menschen und Viehs, die darin sein werden. Und ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer sein. Eine Firewall, ja? Eine feurige Mauer, haben wir schon gesprochen von, ja? Ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer umher sein und will mich herrlich darin zeigen. Also die Israelis haben die Firewall entwickelt und das kommt wohl hier aus Zachariah 2. Und auch die Verszählung ist unterschiedlich. Die Elberfelder oder andere Bibeln haben andere Verszählungen, deswegen sind die Ziffern hier ausgegraut. Ist aber auch nicht so wichtig. Okay, also das schreibt davon, dass Jerusalem von großer Menge bewohnt werden wird. Da könnte man ja fast glauben, dass das heute ist, ja? Jerusalem hat ja eine Million Einwohner. Aber ich glaube, dass das eine spätere Zeit ist. Das wird kommen, wenn Christus sein Reich aufrichtet, ja? Denn Gott ist noch keine feurige Mauer um Jerusalem. Bisher sind die Israelis nicht selber eine feurige Mauer mit amerikanischer Unterstützung, ja? Das ist noch nicht das, was wir heute sehen in Jerusalem. Aber zu der Zeit, wenn Christus gekommen ist und Jerusalem wieder erwählt, zu der Zeit werden viele Heiden zum Herrn getan werden und sollen mein Volk sein und ich will bei dir wohnen und du sollst erfahren, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat. Ja? Hier spricht Christus. Du, Jerusalem, sollst erfahren, dass mich, nämlich Jesus Christus, der Herr Zebaoth, der Vater im Himmel, zu dir gesandt hat. Es sind ja mehrere Personen, die hier angesprochen sind. Und das haben wir heute ja auch noch nicht, ja? Dass viele Völker zum Herrn getan werden und sein Volk sein werden in dem Sinne, dass das Völkerschaften sind, die kommen. Sondern es sind Einzelne unter den Völkern, die zu Jesus gerufen werden und seine Gemeinde sind, ja? Ja? Also das spricht, denke ich mal, von der Zukunft. Und hier Sachaja 2, Vers 12. Und der Herr wird Judah erben als sein Teil in dem heiligen Lande und wird Jerusalem wieder erwählen. Seht ihr das? Judah und Jerusalem. Das ist Davids Stadt, Davids Stamm, Christi, Davids Herrschaft, Sohn Davids, Königtum, wieder erwählt, ja? Das ist ganz genau formuliert in den Propheten. Das ist nicht nur einfach so dahingeschrieben. Er wird Jerusalem wieder erwählen. Und das hier, hier steht, dass Israel das heilige Land ist. Kennt ihr den Begriff, das heilige Land? Ja? Kennt man gut, ne? Ist ein geläufiger Begriff, ja? Ich habe gedacht, wenn ich das in die Konkurrenz eingebe, dann kommt da 40, 50 Mal das heilige Land. In der Bibel ist das der einzige Vers, in dem von einem heiligen Land steht. Ja? Der einzige Vers in der ganzen Bibel. Aber das kennen wir gut, weil dieses zionistische Denken ist uns so geläufig, ja? Das wird uns beigebracht. Israel ist das heilige Land. Und deswegen sage ich, wenn wir nicht aufpassen, dann kriegen wir so eine Schwerpunktverschiebung. Wir glauben, dass etwas da wäre oder wahr wäre. Und das ist überhaupt nicht so. Und Israel wird erst dann heiliges Land sein, wenn Christus dort herrscht. Wenn Christus sein Königreich dort aufrichtet, dann ist Israel ein heiliges Land. Aber der Zionismus, der jüdische und auch der christliche Zionismus, der sagt uns, Israel ist das heilige Land. Und das ist uns ganz geläufig, ja? Also ich war selber erstaunt. Könnt ihr selber nachgucken in der Konkurrenz. Steht nur hier, ja? Der Herr wird Juden erben als sein Teil in dem heiligen Lande. Versteht er, was ist der Schwerpunkt? Und wie sind die Gewichtungen? Wie ist unsere Wahrnehmung? Und wird Jerusalem erwählen. Alles Fleisch sei still vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Städte. Ja, Jerusalem wird wieder erwählt. Scheinbar war Jerusalem beiseite getan. Aber das Land wird wieder heilig werden. Jerusalem wird wieder erwählt. Und jetzt hält das Fleisch mal den Mund. Jetzt redet Gott. Das wird kommen. Er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Städte. Dass Jerusalem wieder erwählt wird, wird kommen. Ist jetzt nicht so die Sichtweise der neutestamentlichen Gemeinde. Sondern ist Millennium. Ist irdisches Reich Gottes, ja? Hier auf der Erde. Okay. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Das ist nicht der Darius aus Daniel 9. Sondern ein anderer Darius. Ist jetzt nicht so wichtig. Also das zeigt uns hier Jerusalem im tausendjährigen Reich. Jerusalem wird bewohnt werden. Ohne Mauern vor großer Menge der Menschen. Der Herr selber wird eine feurige Mauer sein. Denn siehe, ich will meine Hand über sie schwingen. Dass sie, die Juden, sollen ein Raub werden. Denen, die ihnen gedient haben. Und ihr sollt erfahren, dass mich der Herr Zebaot gesandt hat. Also er wird auch sein Volk wiederholen. Aus den Heiden rauben und zurückführen. Und Aliyah, ja? Aus Ägypten, aus Assyrien, haben wir gestern gesagt. Er bringt sein Volk zurück. Aus den Heiden. Und ich glaube, dass, da haben wir gestern kurz von gesprochen, dass der moderne Staat Israel nochmal auseinander bricht. Und nochmal in Gefangenschaft geführt wird. Die werden nochmal weggeführt. In eine assyrische und eine ägyptische Gefangenschaft. Unfassbar, ja? Und aus der Gefangenschaft holt Gott dann sein Volk wieder nach Hause. Um Jerusalem wieder bewohnt zu machen. Und sein Reich aufzurichten im tausendjährigen Reich. Aber da taucht eine grauslige Perspektive auf für Israel. Dass erst noch Volk Gottes werden soll, ja? Gut. Ich glaube, das haben wir schon gesehen. Das ist praktisch so eine Zusammenfassung. Und dann machen wir hier einen kleinen Cut, ja? Und dann sind wir hier praktisch schon bei Jerusalem. Also erst kommen die Weltreiche. Ein Überblick. Die Weltreiche werden alle zerstört. Gott wird seine Stadt wieder erwählen. Und das tausendjährige Reich aufbauen. Durch wen geschieht das? Durch den hohen Priester Christus. Der angedeutet ist durch Joshua. Der die Gemeinde auch zusammenholen wird. Der Israel richten wird nach seiner Gesetzesrolle. Der die Gottlosigkeit vernichten wird. Und am Ende zeigt uns nochmal die Endzeitperspektive. Hamageddon bis zum Tag des Zorns. Das ist der Zyklus. Und man sieht, es gehört alles zusammen. Und das ist auf Augenhöhe mit Daniel, finde ich. Das ist noch komplizierter. Weil da so viele, Daniel ist fast etwas auf sich beschränkt. Ein paar Stellen aus Offenbarung kann man dazu nehmen. Aber man kann bei den Texten bleiben. Hier bei Sachaja merkt ihr, da springt man in alle Himmelsrichtungen. Weil hier so viele Linien zusammenlaufen. Aber wunderschön. Wie liebevoll macht das Gott, ja? Wie liebevoll zeigt er uns. Und wie tief dürfen wir da schauen. Es ist, als ob Gott bald kommt, ja? Ist Israel Gottes Volk? Wir können ja noch ein paar Fragen machen. Nein? Oh. Wer ist denn Gottes Volk? Wer ist denn Gottes Volk? Wir sind Gottes Volk. Die Gemeinde Jesu ist Gottes Volk. Gott hat sich ein Volk aus einem Nicht-Volk erwählt. Aus einer Nicht-Nation. Es ist halt nicht nur Frankreich, nicht nur die Schweiz oder nur Deutschland oder nur Amerika. God's own country. Sondern er hat ein Volk aus allen Völkern sich zusammengeholt. Ja? Die Gemeinde Jesu ist Gottes himmlisches Volk. Israel war Gottes Volk. Erdisch. Und wird wieder Gottes Volk. Erdisch. Und dazwischen eingeschoben ist die Gemeinde Jesu als Himmelsvolk. Die Gemeinde Jesu hinterlässt keine Fußstapfen auf der Erde. Ja? Israel schon. Ja? Die Gemeinde hat auch Kirchen gebaut und gotische Kathedralen, keine Frage. Aber das ist kein Vergleich zum Tempel, den Gott ja speziell für Israel verordnet hatte. Das heißt also, Israel war Gottes Volk und wird wieder Gottes Volk sein. Und heute ist die Gemeinde Jesu Gottes Volk. Wenn die Gemeinde Jesu Gottes Volk ist, dann kann Israel nicht Gottes Volk sein. Ja? Israel hat kein Land. Israel hat keinen Tempel. Israel hat kein Priestertum. Israel hat kein Opfer. Israel hat keine Reinigung. Seit 2000 Jahren müsste dieses Volk eigentlich rumlaufen und sagen, Unrein, Unrein. Da ärgern sich die Juden drüber und sagen, wir brauchen keinen Tempel. Ich habe im Internet, ich habe gearbeitet und hatte im Internet ein YouTube-Video laufen lassen von einem Rabbiner. Und er macht ab und zu so Sendungen über biblische Themen. Der Rabbi sitzt in Jerusalem und der Host sitzt in Amerika. Und dann behandelt sie so verschiedene Themen. Und während er so spricht, und ich saß so in Gedanken, habe es in den Kommentarbereich reingeschrieben. Wie könnt ihr so über Gottes Wort reden? Ihr habt doch gar keinen Tempel. Und ihr habt keinen Hohen Priester. Ihr habt keinen Opfer. Ihr habt keine Reinigung. Wie könnt ihr dann Gottes Wort so auslegen? Und schickt es ab. Arbeite weiter. Dann sagt plötzlich der Host da in Amerika, wait a minute, Rabbi, wait a minute, Rabbi. Hier ist Mr. Akim Klein. Und ich sage so, what? Ich sage, oh wei, das war ja live. Jetzt war das live, ja. Und der Rabbi, Akim, Akim. Also auf Englisch hat er gesagt, vielleicht solltest du mal Hebräisch lernen. Akim heißt ja Brüder. Das ist ja Mehrzahl. Das ist ein ganz komischer Name. Obwohl mein Name steht in der Bibel. Also im Neuen Testament. Erkennt er sich nicht so aus. Und dann sagt er, vielleicht heißt er da eine Familie so, die jetzt da vor dem Fernseher sitzt und unsere Show ansieht. Vielleicht heißen die da so. Aber wieso kein Tempel? Was soll das jetzt diese Frage? Wir brauchen keinen Tempel. We don't need a temple, sagt er. Also Daniel hat in Babylon um Vergebung gebeten. Daniel 9, Daniels Bußgebet. Und da gab es ja keinen Tempel. Und Gott hat ihm vergeben. Sagt der Rabbi, da seht ihr ja, dass Vergebung auch ohne Tempel geht. Ja, sag ich, gut, aber Gott hat euch gesagt, dass ihr ein Tempel haben solltet. Ihr solltet den bauen. Ihr habt kein Nationalheiligtum. Und ihr habt ja auch kein Land. Nö, sagt er, aber das ist ja auch schon in der Bibel gestanden, dass wir lange Zeit ohne Leibrock, ohne Priester und ohne Tempel sein werden. Ja, sag ich, ist richtig. Aber du musst auch alles sagen. Nicht nur die halbe Wahrheit. Du musst auch sagen, warum ihr so lange ohne Land seid. Warum ihr ohne Priester seid. Warum ihr ohne Tempel seid. Ja. Und ihr bekommt da immer nur die Halbwahrheit bei den Rabbis. Und die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Manchmal schlimmer als eine Lüge. Die Wahrheit scheint ja, irgendwie macht die Indien ja durcheinander. Der Rabbi sagt, nö, wir brauchen keinen Tempel. Den Tempel brauchen wir nur für Sünden, wenn wir absichtliche Sünden begangen haben. Für unabsichtliche Sünden brauchen wir keinen. Und das steht auch so in der Bibel im Tanach. Habe ich den Tanach angeguckt, 3. Mose. Und da steht ganz deutlich, Opfer im Tempel für unabsichtliche und für absichtliche Sünden. Ja, für beides. Aber sie sagen, wir brauchen keinen Tempel. Wir wollen auch keinen Tempel. Weil das steht ja im Tanach so. Die Juden sündigen nicht mehr absichtlich. Ja genau, sie sündigen sowieso nicht mehr absichtlich. Aber sie meinen, sie brauchen keinen Tempel. Und das liegt daran, dass das rabbinische Judentum nach der Zerstörung des Tempels ein neues Judentum installiert hat. Denn eigentlich mit der Zerstörung des dritten Tempels, es waren ja 80% des Gesetzes nicht mehr zu halten, weil da viele Opfervorschriften drin waren, dann hat das rabbinische Judentum nach dem zweiten Tempel ein talmudisches Judentum installiert. Der Talmud ist für sie wichtiger als der Tanach. Der Talmud steht über der Bibel für sie. Der babylonische Talmud. Ja. Und sie haben ein Judentum entwickelt, das rabbinische Judentum, in dem der Tempel nicht mehr gebraucht wird, nach der Zerstörung des Tempels. Und die Opfer, die im Tempel gebracht werden, laut deren Aussage, durch Gebet in der Synagoge ersetzt werden. Und deswegen war der Rabbi so auf 180 und sagt, wir brauchen keinen Tempel. Das ist vorhergesagt in der Bibel. Und Daniel hat ja auch Vergebung im Exil bekommen. Sie fühlen sich ja im Exil unter den Heiden. Israel ist ja wieder gegründet, aber es gibt noch viele Juden unter den Heiden. Und wir bekommen auch Vergebung wie Daniel, wenn wir im Gebet Gott um Vergebung bitten. Aber irgendetwas muss Israel getan haben vor 2000 Jahren, was so schlimm war, dass dieses Volk 2000 Jahre zerstreut war. Irgendwas hat Israel getan, was 30 Mal schlimmer war als die 70-jährige babylonische Gefangenschaft. Was mag das wohl gewesen sein? Irgendetwas muss Israel gemacht haben, was sie den Tempel gekostet hat, das Land gekostet hat, die Priesterschaft. Ja. Götzendienst. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ja. Also Israel war ja bei der babylonischen Gefangenschaft schon ein gottloses Volk. Aber dass sie ihren Messias gekreuzigt haben, das war die Ursache. Und sie wollen bis heute diesen Messias nicht. Ist Jesus der Messias? Ja. Ist Jesus Gott? Ja. Wenn Israel Gottes Volk wäre, müsste es doch auch das Volk Jesu sein. Aber Jesus wollen sie nicht. Und wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Ist politisch natürlich ganz unkorrekt, was ich sage jetzt, ja. Aber es ist biblisch. Das ist wahr. Israel war Gottes Volk und wird auch wieder Gottes Volk werden. Und dazwischen liegt die Gemeinde Jesu, ja. Gottes himmlisches Volk. Und das schließt sich gegenseitig aus. Und es ist vorbei. Der alte Bund ist beendet. Das mosaische Gesetz ist beendet. Eli ist gestorben. Und hat sich das Klick gebrochen, ja. Der alte Priester Eli. Der alte Bund ist beendet. Und der neue Bund gilt in Christus allein. Auch für Israel. Selbst im tausendjährigen Reich wird das Priestertum Jesu Christi gelten. Ja. Ist der Talmud erst 70 nach Christus entstanden? Oder ist er älter? Der Talmud ist, glaube ich, bis 600 nach Christus entstanden. Der Talmud ist das jüdische Wikipedia. Also erst danach. Ja. Also erste Anfänge von Talmud sind, glaube ich, 300 vor Christus. Da fingen die langsam den Talmud. 300 vor Christus, ja. Ja, der Talmud wurde mündlich überliefert. Von Rabbiner zu Rabbiner. Und dann zur Zeitenwende sagen die Juden, also um das Jahr 0, haben die angefangen, den Talmud aufzuschreiben, weil sie Angst hatten zu vergessen, was da überliefert wurde. Also Jesus wusste vom Talmud. Da stehen ja wüste Sachen drin. Ja, da stehen wüste Sachen drin. Denn Jesus bezieht sich auch mal darauf und sagt, ihr haltet die Aufsätze der Ältesten. Er sagt nicht im Detail, was es ist, aber da stehen wüste Sachen drin, ja. Und er nennt sie ja auch Synagoge Satans. Das ist heftig, ja. Aber es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube trotzdem, dass man es sagen muss. Wenn ihr zweite Chronik 36 lest, nur mal für euch als Hintergrund, da wird beschrieben, warum der erste Tempel, der Salomonische Tempel, zerstört wurde. Gott sagt, es war kein Heilen mehr. Gott sagt, ich hätte meines Hauses gerne geschont. Aber es war kein Heilen mehr. Die waren so gottlos geworden, auch die Priesterschaft so gottlos, dass Gott 20 Jahre später den Nebukadnezar nochmal nach Jerusalem holt. Der Tempel ist ja 586 v. Chr. zerstört worden. Das war 19 Jahre, nachdem Nebukadnezar Jerusalem erobert hat. Das muss man wissen. Ich habe immer gedacht, der Nebukadnezar hat Jerusalem erobert und dann auch den Tempel zerstört. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat das Nationalheiligtum geachtet und nicht zerstört. 605 v. Chr. Und die Juden haben immer wieder Aufstände gemacht. Die waren die reinen Terroristen. Der Zedekiah ist sogar von Nebukadnezar nach Babel gerufen worden. Und Nebukadnezar hat einen Eid von ihm genommen. Und er hat gesagt, ihr hört auf jetzt mit diesem Terrorismus. Ja, ja, sagt er. Machen wir. Nein, du gibst mir einen Eid, sagt Nebukadnezar. Das steht 2. Chronik 36. Das steht in der Bibel. Und er nimmt einen Eid von den Juden darüber, dass sie aufhören, ständig gegen ihn zu opponieren. Und die haben immer weiter gemacht. Und nach 19 Jahren hat es dem Nebukadnezar gereicht. Und dann schickt er seine Truppen nach Jerusalem 586. Und dann zerstört er den Tempel. Die Bibel sagt, das war Gottes Wille. Ja, es war kein Heilen mehr. Nicht Nebukadnezar hat den Tempel zerstört, sondern die Juden haben ihn entheiligt und zerstört. Die Schuld dafür lag bei den Juden. Nebukadnezar hätte den Tempel nicht zerstört. Hört ihr aber nirgendwo. Steht aber in der Bibel. 2. Chronik 36. Sollte man heute die Juden missionieren, evangelisieren? Also ich bin da kein Fachmann drin, aber ich glaube schon, ja? Alle Menschen. Aber die wollen das nicht. Die Juden wollen das nicht. Wird auch verboten. Und die Kirchen werden auch dazu angehalten, nicht die Juden zu missionieren. Und wir sehen in unserem Umfeld, Glaubensumfeld, Gemeindeumfeld, Kirchenumfeld, dass die Juden auch als Brüder und Schwestern beschrieben werden bei den öffentlichen Veranstalten, dass man den Juden einen zweiten Halsweg zubilligt. Aber den können wir von der Bibel niemandem zubilligen. Keinem Juden und keinem Moslem und keinem sonst. Die messianischen Gemeinden in Israel werden ganz scharf vom Rabbinat beobachtet. Jaja, das wird jetzt auch wieder schlimmer werden, wenn Netanjahu an der Regierung ist, ja. Aber wir sagen, die Juden müssen auch missioniert werden, wie alle anderen Menschen auch. Und wenn jemand mich fragt, im Geschäft willst du mich missionieren? Dann sage ich immer, ja. Am liebsten schon, ja. Aber missionieren hat so einen negativen Beigeschmack. Ja, die nennen auch die Christen Missionaries, ja. Aber es ist ganz einfach. Es gibt nur einen Weg. Jesus Christus. Für Juden auch. Für Juden und uns Christen und für die Welt da draußen auch. Es ist ganz einfach. Es ist nicht so kompliziert. Es gibt nur einen Weg. Jetzt noch. Aber der hört auf, der Weg. Der läuft ab. Aber ich denke schon, dass man die Juden missionieren soll. Aber sie wollen sich, ja. Und mir wirft man dann auch schon mal Antisemitismus vor. Aber ich sage, nein, ich bin Philosemit. Ich habe die Juden lieb. Ich sage ihnen die Wahrheit, obwohl ich so geschimpft werde von ihnen, ja. Da muss man schon jemand lieb haben, oder? Sonst würde man sagen, besuche mich doch am Abend, ja. Also ich bin Philosemit. Aber die Wahrheit muss die Wahrheit bleiben. Aber die Juden werden nochmal in der Zukunft die Welt missionieren. Ja, natürlich, ja. Die Juden werden das tun. Oder zumindest das, was von den Juden oder von Israel noch übrig bleibt, ja. Die werden ja stark dezimiert, ja. Wird ja nur ein Drittel übrig bleiben. Und wir haben gestern auch gesehen, der Rest wird nochmal durchs Feuer geführt und nochmal gereinigt. Also da bleibt ein ganz kleiner Überrest übrig. Und von dem aus wird dann etwas Neues anfangen. In Christus. Und das werden wahrscheinlich Leute sein, wie David und wie Jonathan. Ich habe auch viele jüdische, also das heißt viele, ich habe einige jüdische Geschäftsfreunde. Ich kenne die auch ein bisschen. Habe ich euch gestern erzählt. Der, der immer um die Welt fliegt. In Frankfurt gibt es einige, die Immobilienleute sind. Die haben mich auch eingeladen. Ich war auch in Tel Aviv auf einer Hochzeit. Muss man ja auch so immer noch als Disclaimer sagen, dass man auch Freunde unter den Juden hat. Ich habe auch Freunde unter den Moslems. Ich habe überall Freunde, ja. Wir dürfen auch Freunde haben in der Welt, ja. Paulus hatte Freunde, das waren die Asiarischen. Die Asiarischen waren zuständig für die göttliche Anbetung des Kaisers im Kaiserreich. Könnt ihr mal gucken in der Apostelschichte. Und die haben den Paulus mal gewarnt. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Die wollen dir ans Leder, ja. Aber solche Freunde hatte der Paulus. Ja, das waren ja Leute, die eigentlich für die göttliche Anbetung des Kaisers zuständig waren. Ja, ja. Also die haben eigentlich genau den gegenteiligen Job gehabt von Paulus. Also steht da, dass sie Freunde waren von Paulus und ich war erstaunt, dass die für die göttliche Anbetung des Kaisers zuständig waren. Und die haben die Christen auch verhaftet, aber irgendwie waren die Befreunde mit dem Paulus. Und ich glaube, dass der Paulus, also der Paulus, ich sag mal so, der wäre hoher Priester geworden in Jerusalem. Paulus war ein Triple-E-Mann. Die Verwandtschaft von Paulus war ja in geheimsten Zirkeln eingeweiht. Ja, da haben sich ja 40 Leute verschworen, so lange nichts zu essen, bis der Paulus tot ist. Ja, das heißt, das war der Schwestersohn von Paulus. Also Paulus hatte sogar eine Schwester, deswegen erzähle ich so ein bisschen davon. Und der Sohn seiner Schwester war schon im innersten Machtzirkel des Sanhedrin damals, als junger Mann eingeweiht und hat diese geheimen Pläne und Verschwörungen mitgekriegt und hat die dem Hauptmann dann durchgestochen und hat gesagt, die wollen den Paulus töten. Und dann haben die Römer, rülfemal, 450 Soldaten und 60 Reiter und Lanzenträger geholt und haben den Paulus nachts ans Mittelmeer verbracht. Erinnert ihr euch daran? Wenn ihr was Böses gemacht habt, werdet ihr auch mit 400 Polizisten irgendwo hin verfrachtet? Nö, oder? Weil wir nicht so wichtig sind. Die haben damals gesagt, der Paulus ist jüdischer Hochadel. Wenn dem Paulus was passiert mit den 30, 40 Männern da, dann bricht hier der jüdische Krieg aus. Deswegen haben die Römer 400 Soldaten geholt, um den Apostel Paulus sicher ans Mittelmeer zu bringen, damit da bloß kein Stress entsteht. Das war Paulus. Paulus war Hochadel. Wir haben das Evangelium nicht von einem Landstreicher bekommen. Jesus hat den ja bewusst erwählt und sagt, dass er seinen Namen vor König getragen wird. Und wenn ihr seht, wie der Paulus vor dem Herodes steht, das ist ja wie ein Klassenkamerad. Das ist mich ja lieb, dass ich mich verantworten darf für dir, weil du unsere Gebräuche ja auch ganz gut kennst. Ich bin angeklagt für die Auferstehung der Toten vor Agrippa. Und er sagt, es fehlt nicht viel und ich würde ein Christ. Da reden zwei Männer. Dann kommt Berenice und wie hieß ihr Mann? Agrippa. Die kamen mit großem Gepränge da zum Paulus. Mit dem 600er Mercedes kamen die an. Die Tür wird geöffnet. Der König Agrippa und seine Schwester, die waren verheiratet. war so eine griechische Unsitte. Die beiden kommen dann raus und denen wird dann der Paulus vorgestellt. Da war der Paulus so Mitte 50. Die waren so Ende 20. Junges Ehepaar, Geschwister. War im Volk nicht so gerne gesehen, im jüdischen Volk. Und der alte Paulus hat denen vom Evangelium erzählt. Habt ihr noch ein bisschen Geduld? Also die Bernice war da eine junge Frau. Die war so Mitte 20. mit ihrem Bruder verheiratet und hat von Paulus das Evangelium gehört und wusste eigentlich auch Bescheid. Und diese Berenice, die war später mit dem Titus verbandelt, der den Tempel zerstört hat. Das war aber so 20, 30 Jahre später. Da war die Berenice so Ende 30, Anfang 40. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches. Und der Titus war ein Teenager. Muss eine sehr hübsche Frau gewesen sein, die Berenice. Die hat sich dann von ihrem Bruder getrennt. Dann kam der Titus von Oberschwaben mit seinem Vater, mit dem Vespasian. Die waren erst in Schottland stationiert, dann im Schwabeländle, dann in Jerusalem. Und die sollten dann diese Aufstände niederschlagen. Und dann ist der Titus mit seinem Vater immer mitgezogen. Und dann ist irgendwann der Flavius Josephus gefangen genommen worden. Und dann hat der Flavius Josephus der hatte sich versteckt in einem Brunnen mit seinen Freunden. Und dann haben die gesagt, wir lassen uns von den Römern nicht gefangen nehmen. Vorher töten wir uns. Dann haben die Hölzchen ziehen gemacht. Und dann haben die sich gegenseitig umgebracht. Und der Antiochus hat die alle betuppt, sodass er übrig blieb und er hat sich gefangen nehmen lassen. Also es war schon Schlitzohr. So, jetzt kommt also der Flavius Josephus, der Josephus kommt in römische Gefangenschaft und sagt, ihr müsst mich zum Vespasian bringen. Ich habe dem was Wichtiges zu sagen. Und die holen dann den Josephus aus der Gefangenschaft und die denken, dass er jetzt dem Vespasian die jüdischen Stellungen verraten will. Aber der Josephus stellt sich da vor den Vespasian und sagt, ich habe ein Wort Gottes an dich, du wirst Kaiser werden. Und der Vespasian sagt, Mensch, halt bloß die Klappe. Der hätte ihn fast erschlagen in seinem Zelt. Ja, wenn das hier rauskommt bei den Truppen, dann werde ich hier gelünscht vom Nero, ja? Ja, der glaubt, ich würde einen Aufstand gegen ihn proben. Und dieser verrückte Jude erzählt, ich würde Kaiser werden. Ab mit dem in sein Verlies. Ich will nicht mehr sehen, ja? Und kurz später gab es eine ähnliche Gelegenheit und dann sagt der Josephus, Titus, du wirst auch Kaiser werden. Riesenstress, ja? Glaubt keiner. Nero ist dann kurz später gestorben. Es ging ein bisschen hin und her. Und dann ist Vespasian tatsächlich Kaiser geworden. Der ist mit den schottischen und den nordafrikanischen Truppen zum Kaiser gewählt worden. Und dann hat sich der Titus natürlich auch daran erinnert, dass Josephus das gesagt hat und hat ihn aus dem Gefängnis rausgeholt. Josephus hat sich dann Flavius genannt, nach der Flavia-Familie, der römischen Kaiser und ist auch mit dem Titus später dann nach Rom als Titus Kaiser wurde, zehn Jahre später, ja? Vespasian stirbt, Titus wird Kaiser, nimmt den Josephus mit und über Josephus hat Titus die Bernice kennengelernt und die hatten so eine Liebschaft zusammen. Und die Bernice hat er auch mitgenommen und auch ihren Bruder Agrippa. Die ganze Bagage ist nach Rom mit dem Titus, aber Titus hat sie nicht geheiratet, weil das für den römischen Kaiser unschicklich war, eine nicht-italienische Frau zu haben, ja? Da hat sie dann verstoßen und Josephus, wisst ihr ja, der war dann in Rom und hat dann seine Bücher geschrieben. Ganz spannende Geschichte eigentlich. Aber Bernice wusste vom Glauben und über Bernice wusste bestimmt auch Titus vom Glauben, weil das Gespräch mit dem Paulus bestimmt eindrücklich war und die Frage war ja auch, was ist hier eigentlich los im Nahen Osten? Was ist in Jerusalem los? Warum sind hier so viele Unruhen? Wer war dieser Jesus? Oder wer war der Messias? Diese Fragen haben die schon behandelt, klar. Und ich glaube, dass die Bernice dem Titus auch gesagt hat, worum es da ging. Titus war nur ein Jahr Kaiser und hat gesagt, ich habe nur einen Fehler in meinem Leben gemacht. Aber er hat nicht gesagt, was das war. Sein Vater Flavius ist außerhalb von Rom gestorben, in einem Vorort von Rom. Da hatten die eine Villa und da ist sein Vater Vespasian gestorben. Dann ist Titus relativ schnell nach Rom nachgerückt und ist dort Kaiser geworden und wurde krank. Ein Jahr später man sagte, hätte sich in den Thermen irgendwo erkältet. Vielleicht hat er Rippenfallentzündung oder Lungenentzündung und dann macht er etwas Seltsames. Er geht nämlich in das Haus, wo sein Vater gestorben ist und dort stirbt er auch. Und manche vermuten, dass er dort den Geist seines Vaters angerufen hat und gesagt, endlich bin ich Kaiser geworden, jetzt bin ich krank und werde sterben. Also die waren ja hochokkult, die Leute. Der Talmud schreibt auch darüber, wie er gestorben sein soll, ganz seltsame Dinge. Und dann ist Titus dann verstorben. Und dann hat Josefus dann seine jüdischen Altertümer geschrieben, die wir heute noch haben. Und ich glaube, dass die alle von Jesus wussten. Manche sagen, Titus hat gesagt, ich habe nur einen Fehler gemacht und dass er damit meinte, dass er den Tempel in Jerusalem zerstört habe. Oder vielleicht auch, dass er Jesus nicht angenommen hat. Das kann natürlich auch sein. Aber spannend, ja? Spannende Geschichte. Alles wahr. Habt ihr noch Fragen oder sollen wir Schluss machen? Wo sind in dieser Endzeit die 144.000? Ja, gute Frage. Die sind auch eigentlich nur in der Offenbarung erwähnt. Und da haben wir auch gestern kurz gesprochen von. Die 144.000 werden ja erwähnt im Himmel als 12.000 jeweils aus jedem Stamm Israels. Die Aufzählung der Stämme differiert auch etwas mit dem Alten Testament. Aber es ist zumindest mal 12.000 mal 12.000 macht 144.000. Und dann gibt es noch eine unzählbare Schar, die Palmen in ihren Händen haben und die singen ein Lied, das niemand lernen kann. Ich für meinen Teil glaube, dass das die Gemeinde Jesu ist, die besteht aus der Vollzahl aus den Juden und aus einer unzählbaren Schar aus den Heiden, aus den Nationen. Dass da die Gemeinde Jesu im Himmel gezeigt wird. Aus Juden und aus Heiden, aus Leuchter und aus Ölbaum. Die 144.000 wären dann praktisch der jüdische Anteil an der Gemeinde Jesu. Wenn Jesus auf den Ölberg kommt, kommt er nur mit den 144.000. Nicht mit der unzählbaren Schar. Komisch eigentlich, ja? Wir nicht? Also zumindest da nichts beschrieben von. Wie das kommt, wir haben da kurz drüber gesprochen, gestern Abend. Das ist sehr exklusiv, oder? Ja, das ist sehr exklusiv. Vielleicht kommt auch jeder Christ dort wieder auf die Erde, wo er auch gelebt hat. Und wird Christi reich da bauen. Es muss ja regiert werden, ja. Ist für mich auch ein Geheimnis. Und die Frauen, regieren die auch? Ich glaube schon. Die regieren doch heute schon, oder? Bitte? Wir werden doch sein wie die Engel. Also die Bibel sagt, in Christus ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja, kein Unterschied. Das ist keine kulturelle Aussage, die Paulus da macht. In der damaligen Kultur war das ja anders mit Männern und Frauen. Da galten die Männer ja noch was. Heute ja auch, ja. Aber Paulus sagt, Christus und die Gemeinde ist eins. Christus ist ein Bild für den Mann und die Gemeinde ist ein Bild für die Frau. Und in Christus gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und die mutigsten Zeugen des Evangeliums waren die Frauen. Ja? Also Chapeau. Respekt. Denkst du, dass eine Frau predigen soll? Ich denke nicht. Wenn ich es ganz knapp sagen soll, ich denke nicht. Wenn ich es ein bisschen länger ausformulieren soll, dann sage ich, in Russland sind die Männer alle verhaftet worden, nach Sibirien. Und da haben die Frauen auch gepredigt. Die Frauen haben sich ein Kopftuch aufgezogen und haben gepredigt. Aber die haben auch Abendmahl gemacht mit Schneewasser und hartem Brot. Wein gab es da nämlich keinen. Also es gibt Notsituationen in der Kirche, wo die Frauen auch ihre Aufgaben haben. Ich finde auch, dass Frauen beten können sollten. Im Allgemeinen denke ich, dass Frauen schweigen sollen. Das sagt Paulus auch, ja. Aber denkt mal, ich habe zum Beispiel, das ist so ein bisschen eine Einschränkung, die ich auch gerne sage. Hängt es nur an der Biologie, dass man nicht predigen darf als Frau? Und könnte es vielleicht sein, dass Paulus sagt, die Evas, die sollen nicht predigen, was wir eben hatten. Ja? Selbst wenn ein Mann so ein Evangelium hat, wo er nur Emotionen predigt und Gefühl und nicht Gottes Wort. Diese Eva, diese geistliche Eva, die soll schweigen in der Gemeinde. Auch wenn ein Mann ist, versteht er den Gedanken, ja? Und vielleicht hängt das auch so ein bisschen im Hintergrund mit, dass Paulus, es gab ja auch Prophetinnen in der Apostelgeschichte, ja? Es gab Königinnen, ist nicht immer so ganz gut gegangen, aber der Frau wird in der Bibel immer eine hohe Rolle zugewiesen, das ist gar keine Frage, ja? Also ist für mich auch, also wenn mich jemand fragt, ob Frauen predigen sollen, sage ich nein, aus einem ganz einfachen Grund, die Männer mögen das nicht. In toto. Die sagen das aber nicht, die Männer sind taktvoll. Die kommen aber einfach nicht mehr. Und ihr seht das heute in den Kirchengemeinden, da sind keine Männer mehr. Pastorinnen, Küsterinnen, Orgelspielerinnen und Zuschauerinnen sind nur noch Frauen. Wo sind denn die Männer? Ja, Männer waren noch nie so geistlich drauf, ja? Aber ihr wisst ja, ihr versteht das ja, da halte ich mich einfach an Gottes Wort, das hat seinen Sinn, warum das da steht. Ja? Und je älter ich werde, desto mehr, sage ich, die Bibel hat recht, ja? Wir leben aber heute in einer Zeit, die sehr vom Weiblichen geprägt ist. Und die Frauenfrage der Bibel, die Frauenfrage, hat das Unheil begonnen? Und die Frauenfrage, wird in der Endzeit wieder hochkommen? Die Hure Babylon kommt und die will ihren Platz, die will ihr Recht. Der Mann Christus, der Mann Gott, der soll weg, das Männliche soll weg, das Weibliche kommt, das Emotionale, die gefühlte Temperatur, die gefühlte Zeit, wie geht es mir so? Was macht meine Verdauung? Habt ihr da eine Predigt für mich? Versteht ihr? Das ist der irdische Mensch, der irdisch bezogene Mensch. Ich will was für mich. Viele Leute fragen mich, was hat denn Daniel mit deinem persönlichen Glaubensleben zu tun? Sag ich, nichts. Was geht denn dich mein persönliches Glaubensleben an? Ich frage dich nach Gottes Wort. Was hat das für mich zu sagen? Ich bin doch jetzt hier wichtig, ja? Ich meine mir mich. Ich meine, der Baum ist gut anzusehen. Ich meine, da esse ich jetzt mal von. Na klar hat Gott gesagt, dass ich das nicht soll. Aber es geht auch um mich. Ja? Versteht ihr? Und dieses ich, meiner mir mich, das macht die Gemeinde Jesu kaputt. Das ist Sauerteig.